Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selby, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich fast verhungert bin, hast du was unternommen. Weißt du, ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Du nutzt mich nur aus. Das stimmt nicht, Selby. Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich hatte. Es hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens. Aber ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratorbank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Mimmi, willst du gar nicht wissen, was es gewesen ist? Nein, Anna. Es interessiert mich nicht, womit du und Martin beschäftigt wart. Mimmi. Mimmi, Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten.